So, und das dritte und damit letzte Video für heute, da es zwar immer noch nicht diese Twitter-Übersichtsgrafik gibt für den März, aber man aus der Seasons-Übersichtsseite alle Sachen für den März schon rauslesen kann, plus alle Sachen für die komplette Season, also die nächsten drei Monate, möchte ich das heute mal darüber vorstellen, darüber mal zeigen. Ihr nehmt am besten euer Handy zu handen, macht euren Kalender auf und tragt euch immer ein, wann ist welcher Community-Day, wann ist welches Event, wann ist welcher Raid-Boss-Wechsel, wann ist welche Rampenlichtstunde, mit was ist wie, wo hin und her. Wir versuchen jetzt mal hier rauszukommen, denn heute, das ist der schlimmste Tag ever immer, wenn die Season wechselt, weil du so riesen GBL-Zeugs hast, so riesen Event für das nächste Ding, so was für den nächsten Monat und so was für die ganzen drei Monate. Schöner ist, wenn einfach nur ein Monat um ist und du die Übersicht für den nächsten Monat hast, anstatt die ganze Season, weil das ist immer alles so ein bisschen versteckt, könnte man sagen. Die Season 10 in Pokémon GO steht an, Rising Heroes. Ich finde ja, das Design, dieses Comic-artige Lockere, macht irgendwie Spaß, sieht irgendwie voll cool aus. Und ich habe mich schon gefreut, dass nach Kaburiki und Kabufalla jetzt sicherlich dann auch Kabukim und Kabutoro im März als Shinies kommen, eingeführt werden. Wir hatten die ganzen Riggis normal da, vielleicht kommt Riggi Gigas jetzt auch mal zurück und dann die zwei anderen aus der Alola-Dings oder wo die her sind, hier Riggi Illiki und Riggi, weiß ich nicht mal wie die heißen, Riggi Dragunov, so, weil das ist so ein Wodka. Nein, aber das hätte man jetzt so denken können, dass das alles so kommt und jetzt gibt es doch einige Überraschungen, doch die meisten eher negativ als positiv, kann ich jetzt schon mal sagen. Willkommen in Jahreszeit 10, Rising Heroes. Vom 1. März bis zum 1. Juni. Drei komplette Monate läuft diese Season. Ihr habt einen Trailer, den gucken wir uns jetzt nicht an. Gehen Stück für Stück hier durch. Neue Features. Nur in Pokémon GO können wir mit Gearspenst spazieren gehen. Gestern habe ich ein Tutorial dazu gemacht, wie man in Pokémon GO Gearspenst bekommt. Das könnt ihr euch angucken, wenn ihr das verpasst habt. Und mit 999 Münzen könnt ihr das natürlich dann zu, äh, weiterentwickeln. Fertig. Ist doch egal, wie der heißt. Monitigo nämlich. Könnt ihr das weiterentwickeln. Alle Pokémon wurden in den Größen XXS und XXL entdeckt. Sehr schön. Sonst waren es ja einige, auf die sich das ausgewirkt hat. Jetzt sind es komplett alle. Dann. Highlights der Jahreszeit. Hat nichts mit März nur zu tun. Geht auch März und April. Wir haben schon mal Top-Rates kehren zurück. Ich bin an sich kein Fan von Top-Rates, da ich gefühlt Dorfspieler bin und der einzigste, der bei uns hier spielt. Sprich, ich weiß, dass ich, wenn ich Top-Rates, wenn die kommen, ich nur wieder mega Stress habe, wieder alleine an der Arena stehe und so blöd es klingt, auf Spoofer angewiesen bin, denen ich vorher sage, wann ich wo welchen Raid mache und hoffe, dass sie unterstützen, um gemeinsam den Raid zu spielen. Wenn man selber spooft, geht man nach Zaragoza und macht dort einfach seine Raids und hat immer volle Lobbys, alles kein Problem. Aber selber, wo du Videos machen möchtest von dem Top-Rate, wo du einen Stream machen möchtest von dem Top-Rate, bist am Start in deinem Kaff. Niemand anderes ist da. Du bist ganz alleine und bist wieder auf die Hilfe angewiesen von den Leuten, die verbotene Dinge tun, aber eigentlich das am Leben erhalten und dir helfen. 11. März, schreibt es euch auf, 11. März, Top-Rate, 9. April, Top-Rate. Das war ja bisher immer so, dass 11, 14 und 17 Uhr an X-Rate-Arenen dann Top-Rates aufgingen, die eine halbe Stunde da waren. Man musste sich immer sehr beeilen, wenn man drei verschiedene Arenen hatte in der Umgebung um 11 und alles machen wollte. Irgendwo wurde ja schon angekündigt, beziehungsweise steht es ja hier auch dran, Top-Rates kehren zurück, trommelt eure Freunde zusammen, denn es gibt wieder Top-Rates. Top-Rates sind herausfordernde Raid-Kämpfe, an denen ihr nur vor Ort teilnehmen könnt. Fordert die Raid-Bosse Regi Eleki und Regi Drago in Top-Rates heraus. Das ist die einzige Gelegenheit, euch diese beiden legendären Pokémon in dieser Jahreszeit zu schnappen. Kann ich auch nicht nachvollziehen, bisher hatten sie da Hoopa drin. Hoopa war ein mysteriöses Pokémon, was wir halt aus einer Spezialforschung bekommen haben, einmalig. Und über die Top-Rates hattest du die Möglichkeit, mehr Exemplare von diesem Pokémon zu bekommen. Für mich hätten die Top-Rates auch ruhig so sein können, dass sie exklusiv eben für diese mysteriösen Pokémon sind, dass sie da mal Mew reinbringen, dass sie mal Jirachi da reinbringen, dass sie Selebi da reinbringen, sowas halt. Was es schon gab, man aber nur eins haben konnte und man eben dann mehr machen kann. Das zu den ganzen Regis, wir haben schon vier verschiedene Regis im Spiel, die alle in den legendären Raids waren. Diese zwei Regis plötzlich in Top-Rates kommen und nur vor Ort? Passt für mich überhaupt wieder nicht zusammen. Ist kein Konzept, wo ich irgendwie hintersteige. Deswegen keine Ahnung, was das soll, aber müssen wir halt so machen. Wird halt nicht viel geradet. Kann es natürlich auch keine Rates für Zuschauer geben. Ich kann euch nicht helfen. Ich bin sogar auf eure Hilfe angewiesen. Schauen wir mal, was das ist und was sie können. Community Days. In der Jahreszeit 10. Rising Heroes finden unsere Community Day-Events an dem folgenden Termin start. 18. März, 15. April, 29. April und 25. Mai. Sollte man sich alles aufschreiben. Ist natürlich auch wieder Classic dabei. Sticker. Überspringen wir mal. Ticketpflichtige befristete Forschung. Die befristete Forschung muss... Achso. In der Jahreszeit 10. Könnt ihr euch ein Ticket für eine befristete Forschung kaufen. Diese läuft die ganze Jahreszeit lang. Und als Belohnung winkt ein Outfit im Stil von Professor Willow. Außerdem begegnet ihr im Rahmen der Forschung einem Melmetal, das die Ladattacke Panzerfäuste beherrscht. Die befristete Forschung muss bis zum 1. Juni abgeschlossen werden, um alle Belohnungen zu erhalten. Melmetal kann Panzerfäuste in Zukunft auch durch eine Top-Lade-TM erlernen. Müsste ja dann auch eigentlich morgen schon losgehen, dass man sich das holen kann und drei Monate Zeit hat, das abzuschließen, bevor es dann am 1. Juni, wenn die nächste Season kommt, weg ist. So, weiter. Gehen wir hier runter. Events. Das Fangkunst-Event habe ich gerade ein Video zugemacht. GBL habe ich gerade ein Video zugemacht. Gehen wir also noch weiter runter. Überspringen wir kurz das. Gehen hier nämlich hin. Die Rotation. Die verschiedenen Habitate wechseln wieder durch. Die Feldforschungsdurchbrüche wechseln durch. Die Eier wechseln durch. Was für euch immer noch wichtig ist, was ist im Feldforschungsdurchbruch? Wir hatten immer einen Pokémon in einem Monat im Feldforschungsdurchbruch. Jetzt, beim letzten Mal, hatten wir sechs verschiedene Pokémon im Feldforschungsdurchbruch. Und es wurde dir irgendwas hingewürfelt. Wenn da was dabei war, was auch scheinig sein konnte, war es ziemlich schwer, da ranzukommen. Als Belohnung für einen Forschungsdurchbruch könnt ihr einem der folgenden Pokémon begegnen. Parasek, Pinsir, Relaxo, Kaumalad, Quaff, Waff, Viscora. Wirkt auf mich alles halt jetzt nicht so berauschen. Parasek, Quaff, Waff, Viscora. Aber, ich meine, Pinsir kriegt nochmal eine Megaentwicklung. Ja, Kaumalad ist ein starkes Pokémon. Ja, wer noch keinen Shiny Relaxo hat, aber ich fand es immer besser, einen Pokémon. Und dann hast du viermal die Chance drauf. Und wenn das neue als Shiny da war, war das besser, als wenn du halt drei Monate lang immer zu Viscora rauskriegst. Würdest du aber gerne einen Shiny Relaxo kriegen aus dem Feldforschungsdurchbruch. Also ist eigentlich auch eher uninteressant, könnte man sagen. Dann Habitate, andere wilde Pokémon. Das gucken wir uns gar nicht an. Da blickt eh keine durch. Das seht ihr dann, was sich in den Eiern tut. Da kann man mal kurz reinschauen, ob da irgendwas Neues dabei steht. Zwei Kilometer Eier sieht normal aus. Fünf Kilometer Eier mit Mobei. Sieben Kilometer Eier. Die Hisui-Pokémon in den sieben Kilometer Eiern. Ich weiß gar nicht, ob weiter hin oder zurück, weil ich brüte keine sieben Kilometer Eier aus. Dann die zehn Kilometer Eier nur noch mit Balgoras, Amarino, Togedemaru und Miniras. Okay. Und hier fünf Kilometer Eier aus der Abenteuer-Sink-Belohnung. Scheinux, Cognodorn, Schilderus, Vonera, Quabbel. Quabbel als Shiny immer noch sehr selten. Vonera als Shiny auch selten. Und in den zehn Eiern hier. Trattini, Tarnel, Kaumalad, Viscora, Wufels. Fehlt da nicht was? Die zwölf Kilometer Eier. Oder gibt's die nicht? Wenn ich das groß mache, sieht man dann mehr? Nö. Sind einfach keine zwölf Kilometer Eier da? Gibt's nicht. Es gibt keine zwölf Kilometer Eier mehr? Gut, interessant. Hätte mich mal interessiert, ob da vielleicht auch wieder was Neues drin ist. Das, was sonst noch wichtig ist und die meisten Leute interessiert, sind die Jahreszeiten Boni, die komplett die drei Monate gelten. Denn manchmal habt ihr das ja, dass ihr drei Monate lang zwei Spezial-Trades am Tag machen könnt. Oder ihr habt zwei freie Raid-Pässe am Tag, drei Monate lang die ganze Season. Jetzt steht hier einfach nur die folgenden Boni. Der Schaden durch eigene Pokémon in Fernraid-Kämpfen ist erhöht. Team Gorocket erscheint häufiger bei Pokestops. Und für Siege gegen Team Gorocket, da haltet ihr mehr Staub. Diese ganze Season dreht sich also irgendwie ums Kämpfen und um Rockets. Mehr Staub für Rockets und mehr Rockets. Das ist dieser Boni, der jetzt komplett anders ist als sonst. Wo ihr sonst zwei Trades hattet oder garantierte XL. Na gut, dann fallen die ja auch wieder weg, die garantierten XL beim Tauschen. Also ja, das ist alles anders. Jetzt müssen wir uns für den März zumindest mal noch hier durchkämpfen, dass wir sehen, was ansteht. Denn morgen ist ja Raid-Boss-Wechsel. Neue Fünfer-Raids kommen rein. Keiner wusste was. Alle rechnen mit den Kapus. Und hier steht jetzt, morgen Raid-Stunde mit Boreos in der Inkarnationsform. Also Boreos auf der Wolke kommt zurück. Morgen ab 10 Uhr, ab 11 Uhr könnt ihr den dann raiden. Warum? Ich habe mich so auf die Kapus gefreut. Vielleicht auch auf Regigigas. Jetzt kommt Boreos. Tiergeistform habe ich in 100%. Inkarnationsform. Da werde ich wohl nicht viele Raids machen. Die Raid-Mania einfach machen. Und naja, das war es für mich. Gibt es natürlich in Shiny. Wer noch kein Shiny hat, kann da was mitnehmen. Also morgen Boreos in den Raids der Stufe 5. Vom 1. März bis zum 8. März. Mega-Pokémon gleichzeitig. Ist dann Mega-Glurak-Y da. Vom 1. März bis zum 8. März. Und abends am Mittwoch eben die Raid-Stunde mit Boreos. Bis zum 8. März. Da können wir also gleich mal gucken, was denn sonst so passiert. Am 8. März. Was wechselt da? Wir gucken mal nur gerade wirklich auf die Raids. Am 8. März wird Boreos abgelöst von Ho-Oh. Es ist alles nicht so schön übersichtlich gerade, aber ihr könnt es euch ja in den Kalender. Boreos verschwindet. Ho-Oh kommt in die Raids. Und zwar vom 8. März bis zum 21. März. Gleichzeitig kommt Mega-Meditalis in die Raids. Das ist dann neu. Wird neu eingeführt. Da habe ich wieder Bock. Da werde ich wieder ein paar Sachen machen. Wir werden Raids für Zuschauer mit Mega-Meditalis machen. An einem Donnerstag, denke ich mal. Und Ho-Oh habe ich kein 100%iges. Wird Zeit, endlich mal ein 100er Ho-Oh zu bekommen. Da werde ich mehr Raiden. Auch öfters Raid-Einladungen von euch wieder annehmen. Da bin ich gespannt. Natürlich auch alles als Shiny hier verfügbar. So, Ho-Oh. Mega-Meditalis. Habt ihr die zwei Sachen auch. Als Raids bis zum 21. März. Am 21. März wechselt dann das Ganze. Und es kommt Voltolos in der Inkarnationsform. Also der blaue. So habt ihr am 22. März eine Raid-Stunde mit Voltolos. Und um vom 21. bis 28. Mega-Bisa-Flor plus Voltolos in den Raids. Also Mega-Bisa-Flor ist das Mega-Pokémon. Ja, die Starter sind gefühlt zurück. Weil wenn da Klurak war und dann Mega-Bisa-Flor. Wird Turdok vielleicht dann auch noch kommen. Also 21. März bis 28. März. Voltolos Inkarnationsform plus auch Mega-Bisa-Flor ist dasselbe. Ich hab die Tiergeist-Form in 100%. Werde da also auch wenig raiden. Und der Mega ist auch nicht so interessant. 28. März gehen wir da noch hin, um auf die Raid-Bosse zu schauen. 28. März bis 10. April scheint wohl. Mega-Simsala in die Raids zu kommen. Und es gibt am 29. März eine Raid-Stunde mit Lugia. Heißt das? Lugia ist da nach Hau-Oh auch zwei Wochen da. Erst Hau-Oh zwei Wochen. Dann Lugia zwei Wochen. Hab ich 200er. Eins könnte ich noch hochziehen. Aber werde ich jetzt nicht so exzessiv raiden. Und gleichzeitig wie Lugia da ist, ist auch Mega-Simsala da. Jetzt habt ihr die Mega-Raids. Und ihr habt die legendären Raids. Dann denkst du dir, geht es dann also weiter mit Demeteros im April? Oder kommen doch die Kapus? Geht es denn schon so weit, wenn ich jetzt hier bis zum 10. April gehen möchte? Mega-Simsala bis 10. April. Das steht schon da. Ansonsten sind hier eigentlich keine weiteren Einträge. Also sie haben den März schon eingetragen. Den Rest aber nicht. Jetzt müssen wir trotzdem aber den ganzen Schmutz nochmal durchgehen. Um eben zu schauen, was es sonst noch gibt. Neben den Raids. Ob irgendwo noch ein Event ist. Weil wir haben ja keine Übersicht. So. Wir sehen am Donnerstag, dem 8. März bis 14. März, findet das Farbfestival statt. Notiert euch das. Farbfestival 8. März bis 14. März. Dann gucken wir hier weiter. Gucken hier weiter. Da steht auch nichts. Das ist die 11. Hier kommen die 12. Raidkämpfe. Theoretisch kann das jeder ja für sich selber so nachmachen. So. Dienstag, 14. März. Rampenlichtstunde mit Bautz. Und doppelten Entwicklungs-EP. Wieder 18 bis 19 Uhr. Das ist ja auch wichtig, dass ihr euch die Rampenlichtstunden eintragt. Dann, das hatten wir schon. Genau. Was gibt es hier noch? Nichts. Was gibt es hier? Nichts. Was ist hier? 18. März. Community Day im März. 14 bis 17 Uhr. Ist das Pokémon aber noch nicht bekannt. So. 19. März. Nichts. 20. Nichts. 21. März. Ist wieder Dienstag. Gibt es eine Rampenlichtstunde mit Flamjau. Und doppelten Fangsternenstaub. 18 bis 19 Uhr. Plus. 21. März bis 29. März. Wohl ein Event namens Ein Alltagsheld. Plus Team Go Rocket Übernahme. Das ist auf jeden Fall. Da freuen sich die Leute wieder. Da kann man bestimmte Frustrationen verlernen. Es gibt vermehrt noch mehr, noch mehr zu den vermehrten Mär-Rockets dazu. Das wird auf jeden Fall richtig krass. Ein Alltagsheld. Kann man sich noch nichts darunter vorstellen. Und. Raid Kämpfe. Jetzt steht hier alles gleichzeitig da. Ja. Weil da natürlich dann der Wechsel ist. Also passt. Also Dienstag Rampenlichtstunde dann hier mit Flamjau. Gehen wieder auf Mittwoch. Gucken hier rein. Gucken Donnerstag. Ist da noch was. Gucken Freitag. Ist da noch was. Wir gucken Samstag. Samstag. 25. März. Der Go-Kampftag. Victor. Haben wir ja in dem GBL-Video auch gesagt. Schreibt es euch wie gesagt auf. Am 26. Ist auch immer noch die Team-Go-Rocket-Übernahme. Am 28. Wieder ein Dienstag. Und am Dienstag am 28. Gibt es eine Rampenlichtstunde mit Rob Ball. Und Doppelfang EP. Immer noch die Rocket-Übernahme. Und der Rest bleibt im Prinzip gleich. Mittwoch. Ja. Ist immer noch das Event. Dann steht das ja mit Luke ja schon da. Und dann haben wir eigentlich nur noch den Donnerstag. Samstag. Den Freitag. Wo nichts weiter ist. Und wir sind durch mit dem März. Und das müssten jetzt alle News sein. Die ich euch bieten kann. Wir haben die Rampenlichtstunden. Wir haben die Raidstunden. Wir haben die Events, wann die starten. Wir haben die Top-Raids. Die Elite-Raids. Wir haben die Kampftage. Und es wird sicherlich nochmal eine Grafik kommen. Auf Twitter. Direkt nur mit dem März. Die dann auch in den Community-Tab nochmal gepostet wird zur Übersicht. Ansonsten muss ich sagen, bin ich total enttäuscht. Ich habe mich gefreut auf die zwei Cabos mit Shiny-Einführungen, die noch fehlen. Ich habe gedacht, die Gigas kommen zurück. Da hätten sich auch viele Leute gefreut, weil viele den noch brauchen, gar nicht bekommen haben. Jetzt bringen sie die Wolkengeister. Ich glaube, da werden die Leute wieder absolut gar keinen Bock haben. Was ist euer Highlight im März? Meins ist Ho-Oh in den Raids, weil ich da gerne noch einen Hunderter bräuchte. Und ansonsten ist für mich eigentlich bis jetzt nichts dabei. Aber mal gucken, was die einzelnen Events dann noch bringen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.